ja indiana jones mal gucken also geht mal vor macht mal euren job der abschauer kommen da scheiße ja er hat einfach schon durchgespielt ja man will halt einfach nicht weiter gehen das ist halt schwierig lauf doch irgendwer nach vorne war ich hab dich an der seite runter dass ich das mal dass ich das mal sehe in der runde erster werden holy shit da kommen bergspitze ja so glücklicher weil das würde ich jetzt noch nicht so das war alles frei dass das war einfach dezent verarscht das war schon wieder so ein ding keine ahnung das ist schon ein richtiger spielverderber move gewesen komm digga burns die alle weg nach drauf geschissen es sind zu viele es sind einfach zu viele heißt man der macht sich die es ist viel zu viel mit der mitte alles leer machen aber jetzt kommt weggehext okay schon mal interessant ja und jetzt 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 langsam meine fresse alter ich geht mir das auf den sack noch die beiden dahinten er macht er macht sehr schwierig aber trotzdem er macht alter er macht einfach das arme auto und digga was habe ich noch zum anfang der runde gesagt was habe ich gesagt wieder das bestätigte aber gut gemacht gg